Guten Tag, ich bin Nummer 11. Ich bin der Mann im Kreise, mit seinem Wechsel von Kampferkriegern. Heiter ist ein schöner, schöner Ausbauung, Kling-technik, Marvolien und ein sehr guter Vorführer. Der Freifahrer hat ihn sehr oft angefangen, und er wird vor uns freudig, hier in der Osten, wenn er keine Art Anwendung, der Redefekt macht ja recht, wenn er gleich wieder unter dem Partei gefällt. Wo es sehr gut geht, das ist was der bei mir überlegt. Und dann gerade… Nur sondern der Konten der aufmerksam ist, aber wie man hier sehr gutig machen kann. Ich bin kurz gesteckt. Das ist ein Problem, aber so geht es antworten… Ich bin jetzt als Nutzer mit dem auf dem anderen Krisen so viel. Das ist ein Problem, aber das ist auch so, ich habe ja auch angemessen. Und dann gerade eine Konstellung, der sich herunterlässt und das ist einfach, das análisert so weit, das ist ja nicht so weit, das war dann das Wort, da ich gerne mit dem Hintergrund der Femminste Schill. Herr Sübkirch, wie aus dem Laufstab seiner Karrenentwicklung, der aufwendig ist, erfreulich entwickelt, weil er sein ganz hervorragende Schwinge in den Kultusen abrufen und das jetzt nicht nötig ist, er muss minimal gerade vorsitzen, dann stellen die Wände her. Ich muss vorsitzen. Ich bringe noch wieder her. Die gerade gut ist der Kultus, wir sind direkt außen, kommt schnell, das ist nicht so, dass wir uns gerade vor das Holz der Entbau fassen wir wieder ein. Sehr gut geht. Und über die Hürde. Hier steigt ihr euch gleich bei Händchenkunden, direkt bei Händchenkunden, einen schnell zurück, wo es minimal gerade vorsitzen, das zeigt sich schnell, wenn es in der Entferstellung ist. Wenn ihr euch schlägt, macht zwei kraftvolle Sprüge, direktes Ausleben, direktes Vorsitzenden, minimal und ruhiger halten den Vorsitz noch vorzüglich. Außer gegründetigen, auch nach meiner Grundstellung, geht ihr euch jetzt nicht für mich voraus, das für euch die Platz noch ein, die ich wieder annehme, sehr gut und wieder annehme, dass wir überhaupt entscheiden wollen, vorzüglich 96.